So meine lieben Freunde, jetzt gibt es nochmal ein Video. Ich war heute den ganzen Tag beschäftigt, deswegen erst so spät. Allerdings lohnt es sich doch, denn es gibt ein paar Themen. Und zwar mache ich das ja monatlich. Jetzt gibt es zum zweiten Mal ein Live-Spieler-Update. Das sind ja diesmal nicht ganz so viele bei uns, vier an der Zahl. Es geht ganz kurz nochmal um Toussaint und es geht mal wieder um einen neuen Bericht über die Zahlungsmoral von unserem Investor 777 von Josimar. Da gab es ja schon mal, die haben ja schon öfter Berichte über 777 gemacht. Kann ich euch ja zumindest mal ein bisschen vortragen, was denn dort so drin stand. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir haben heute einen absoluten Streaming-Marathon um 21 Uhr auf YouTube. Unser wöchentlicher Talk, wahrscheinlich mit Gast, wenn er jetzt nichts beruflich bei ihm noch dazwischenkommt. Der ist noch auf Arbeit. Ein Nürnberg-Fan, Michael von BeklubbTV. Dann haben wir den Talk so bis 23 Uhr, 23.30 Uhr. Dann gehen wir in Reactions rein. Unter anderem How Hey Podcast, eine weitere Folge. Und eventuell in dem Podcast von Tommy Schmidt mit Fabian Rehse. Und dann gibt es um 1.30 Uhr, 1.45 Uhr noch ein Watch-Along zum Spiel Mexiko gegen Deutschland. Auch wieder auf dem Knife-YouTube-Kanal. Also für Nachteulen ist heute auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt. Wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich sehr freuen. Aber lasst uns doch direkt in die Themen reingehen. Ja, und lasst uns beginnen vielleicht mit Toussaint. Toussaint, da hatte ja Zecke geäußert auf die Frage, warum hat man ihn denn so günstig abgegeben und ausgerechnet zum Konkurrenten natürlich auch Gehaltssituationen. Wir konnten dieses Gehalt einfach nicht mehr tragen. Wir mussten diese Spieler schnellstmöglich loswerden. Und für Toussaint gab es einfach keine anderen Angebote. Dem hat Toussaint etwas widersprochen in der Medienrunde und sagte, naja, ich hatte schon Angebote aus Italien und Co. Sorry, jetzt hat es gerade geklingelt. Ja, er sagt zumindest, er hat doch Angebote. Na, einer wird dann nicht ganz die Wahrheit sagen. Sagen jetzt manche, hatten wir gestern auch im Stream-Shots kurz thematisiert. Aber man muss natürlich auch sagen, das kann man sich natürlich auch drehen und wenden, wie man will. Ja, vielleicht gab es Angebote an den Berater von Toussaint, die dann aber nicht bereit waren, sein Gehalt zu zahlen oder uns lächerliche Ablösesummen geboten haben wie 0 Euro und nur Boni-Zahlung. Ja klar, so eine Angebote kann es gegeben haben. Aber das sind ja dann keine Angebote, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich denke schon, dass sich Benni Weber und Co. Gedanken gemacht haben, müssen wir den jetzt ausgerechnet für diesen Betrag zu Union transferieren. Ich konnte es auch nicht ganz nachvollziehen, aber ich gehe schon mal davon aus, dass die Angebote ansonsten nicht gut genug waren. Dann hätte man halt zocken können. Aber was ich so gehört habe, ist das Zocken natürlich auch schwierig, wenn so wenig konkrete Angebote da sind, die auch dieses Gehalt wirklich übernehmen wollen. Und wenn Toussaint dann nicht bereit ist, mit seinem Berater auf Gehalt zu verzichten, außerdem hat er ja eh gesagt, er würde gerne in Berlin bleiben. Und im Endeffekt muss ja der Spieler auch zustimmen. Vielleicht gab es Angebote, wo er dann aber nicht hin wollte. Deswegen, ja, glaube ich, braucht man jetzt auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, dass tatsächlich das eine gesagt hat und Toussaint das andere. Ich glaube, wenn es mehr Geld gegeben hätte und die Möglichkeit gegeben hätte, ihn ins Ausland zu transferieren oder zumindest mal nicht zur Union, dann hätte Hertha das natürlich auch gemacht, wenn man sich das hätte erlauben können mit dem Zocken. Und Zocken ist ja in den letzten Jahren auch häufig schlecht ausgegangen. Auch wenn man eigentlich so denkt, naja, Toussaint, da müssten doch auch mehr Angebote reinkommen. Aber wir haben ja gesehen, wie bei vielen Spielern es tatsächlich anscheinend auch schwierig war, die wirklich loszuwerden zu diesen Gehältern. Ich habe es am Anfang auch nicht so ganz verstanden, aber dann, nachdem ich mich ein paar Mal auch mit verschiedensten Leuten da von Hertha unterhalten habe, dann macht das für mich schon Sinn. Ja, dann können wir jetzt zu 777 kommen. Josima, das ist jetzt so die Frage, was ist das für eine Website? Die berichtet immer wieder mal so investigativ auch, was hinter den ganzen Finanziers aus der Fußballwelt so steckt, Sponsoren und so weiter. Und die haben ja auch schon mal einen Artikel darüber verfasst, dass 777 anscheinend nicht so zahlungsfähig zu sein scheint, wie sie vorgeben. Und das wollen sie durch diesen investigativen Artikel, den sie jetzt wieder veröffentlicht haben, auch nochmal ein bisschen stützen. Denn 777 steht ja wohl vor dem Kauf der Anteile vom FC Everton aus der Premier League. Deswegen haben sie sich dem wahrscheinlich auch angenommen. Und laut dem Blatt ist es so, um es jetzt mal ganz kurz zusammenzufassen, dass 777, sie haben Unterlagen gehabt von denen, die ihnen vorlagen, im Juli eigene Mitarbeiter nicht bezahlt hat und auch einmal die Miete nicht bezahlt hat für die Firmenzentrale. Das ist wohl alles aus Dokumenten hervorgegangen. Außerdem, das ist immer das Problem bei Josima, da sind immer interne Quellen, auch über 777, die aber nicht genannt werden wollen, natürlich anonym bleiben wollen, ist natürlich dann immer schwer zu verifizieren. Da sagen sie, diese internen Quellen, dass sie ohne die Unterstützung gewisser Zahlungspartner eigentlich schon gar nicht mehr in der Lage wären, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen teilweise. Und dass das sich eben auch widerspiegelt in eben nicht bezahlten Gehältern oder eben auch nicht gezahlten Mieten. Ja, jetzt fragt man sich immer so, was soll das jetzt genau heißen? Haben die wirklich so wenig Geld oder sind sie vielleicht ähnlich wie in Lars Windhorst, wo ja auch immer Streitigkeiten bei uns entstanden sind, sind die Zahlungen pünktlich eingegangen oder nicht? Häufig ist es ja bei so Großunternehmen, die mit so vielen Millionen handeln, auch so, dass sie das einfach so lange strecken, wie sie es halt rechtlich können. Es sagt natürlich auch was über die Zahlungsmoral aus und auch, ob ich mit solchen Leuten Geschäfte machen würde, aber jeder Monat oder zwei, drei Monate später das Geld bezahlt. Da können sie es ja schon wieder woanders arbeiten lassen. Also kann auch einfach eine Masche sein, um das eben so weit auszureizen, wie es eben möglich ist. Aber macht es natürlich nicht seriös. Wir können ja für uns nur sagen, zumindest hat das der Kicker so geschrieben und auch bestätigt, dass die Zahlungen und die Tranchen bei uns bisher immer pünktlich eingegangen sind. Also derzeit sind wir anscheinend noch nicht davon betroffen. Auf jeden Fall will das Blatt durch etliche Sachen, also die betreiben da auch echt eine krasse Recherche, aber auch viel Spekulation, muss man ganz ehrlich sagen. Ich will das gar nicht werten, aber ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil es ist viel mit Interpretationen, ohne wirkliche Fakten oder eben mit anonymen Quellen. Kann natürlich alles stimmen und ich will auch hier in keinster Weise 777 verteidigen. Woher weiß ich, was die da machen? Ich will da auch gar nicht naiv rangehen. Vielleicht ist es auch eine furchtbare Unternehmensgruppe, da gab es ja auch diese ganzen Anklagen und so weiter. Aber dadurch, dass das jetzt immer von Josima kommt, immer vom gleichen Blatt, manchmal hat das auch so ein Geschmack oder Geschmäckle, wie der Schwabe sagt, weil ihr kennt das ja, es geht um so unfassbar viel Geld. Und ich würde da nicht ausschließen, dass gewisse Leute halt auch Informationen preisgeben oder eben gewisse, das will ich denen jetzt nicht unterstellen, aber gewisse Leute bezahlen, um eben eine gewisse Stimmung gegen Unternehmen zu machen. Es geht da einfach um so unfassbar viel Geld, dass das einfach nicht auszuschließen ist, wenngleich es natürlich schon sein kann, dass deren Recherchen stimmen. Aber die sind halt nicht so handfest, als dass man jetzt sagen könnte, boah, wir haben hier das und das von denen gesehen. Sie sind einfach demnächst zahlungsunfähig. Es wird davon gesprochen, dass sie viel mit jemandem zusammenarbeiten, der King heißt, der verschiedenste Unternehmen und Unternehmensgruppen auch hat und den andauernd eben 777 Geld leiht. Und da geht es wohl um einen Betrag, den sie aus Protokollen ersichtlich bekommen haben, dass dieser King mit einen oder mehreren Firmen von sich 777 über 170 Millionen Dollar geliehen hat zu Zinssätzen von 15 Prozent, was ja ein bisschen entgegengesetzt zu dem steht, was 777 selber immer sagt, dass sie dieses ganze Fußball-Business eigentlich aufgebaut haben mit eigenen Geldern, ohne da große Investoren reinzubekommen. Und diese anonymen Quellen sagen halt, dass sie ohne diese Leute wie eben ein King, der denen andauernd irgendwelche Darlehen verschafft, die auch noch viel höher sein sollen als diese, was sie gesehen haben von 170 Millionen Dollar, dass sie ohne die überhaupt nicht zahlungsfähig wären. Und außerdem wollen sie wohl in die Protokolle von strategischen Besprechungen reingeschaut haben, wo King auch mit am Tisch von 777 stand und eben gefragt hat, ja wann denn die Fußballprojekte endlich mal Profit bringen. Und da sollen dann wohl Vertreter von 777 gesagt haben, dass Vasco da Gama, Genua als auch Standard Lüttich bald Profite erwirtschaften, sodass sich das rentiert und dass vielleicht auch ein King hoffen kann, dass er seine Darlehen zurückbekommt. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig. Es macht schon Sinn, so wie sie sie aufgelistet haben mit Spekulationen und teilweise auch Fakten und Quellen, aber es ist auch wirklich nicht zu 100 Prozent handfest bei den ganzen Konstrukten, mit den ganzen Firmen, die da immer sich gegenseitig Geld überweisen, ist das schon schwierig und derzeit machen sie ja auch nichts Illegales. Also hier stellt Josimar einfach mal nur in Frage, ob es denn wirklich so ist, wie immer getan wird, dass sie eben so zahlungsfähig sind. Auch lustig war, dass in dem Bericht von Josimar auch Hertha erwähnt wurde, weil die ja geschrieben hatten, dass die anderen drei Klubs dabei Profit bringen sollen, aber sie sich beide, alle drei nicht so weit oben in der Tabelle befinden und dass Hertha sogar einen Verlust von 80 Millionen zu verzeichnen hatte, da hatten die die neuesten Zahlen noch gar nicht. Der letzte Verlust war noch höher, 99 Millionen. Aber da geht es ja jetzt auch in die richtige Richtung. Ja, also sie stellen auf jeden Fall mal in Frage oder teilweise auch in Abrede, dass Triple Seven da so viel Geld selbst zur Verfügung hat und fragen sich, wie denn Triple Seven jetzt den FC Everton übernehmen will, wenn man doch finanziell so schlecht aufgestellt dasteht und so viel Geld von zum Beispiel diesem Herrn King mit seinen ganzen Unternehmen als Darlehen bekommt und da eigentlich gar nicht selbst finanziert ist. Ich kann es von außen nicht einschätzen. Es ist so komplex, wird jetzt aber da auch nicht direkt den Teufel an die Wand malen, wenngleich man natürlich sich sowieso immer fragt, was sind die Geschäftsmodelle bei diesen Clubs. Josimar war glaube ich auch die Seite, die damals darüber berichtet hatte, dass Triple Seven auf der Suche nach neuen Geldgebern auch im arabischen Raum unterwegs war, in Saudi-Arabien und so weiter. Ich weiß nicht, ob das nur zur Diffamierung sein soll, um sie schlechter zu machen, als sie sind. Wie viel da wirklich dran ist, wäre mal gespannt oder auch schön zu sehen, da auch von anderen Blättern etwas zu lesen, als immer nur von diesem. Ich glaube auch nicht, dass Triple Seven jetzt der seriöseste Partner ist und ich glaube, dass in der großen Finanzwelt, wenn da mit solchen Summen jongliert wird, etliches nicht ganz fein läuft, um es mal so auszudrücken. Aber ich würde mir da jetzt auch nicht die größten Gedanken darüber machen. Solange wir unsere Zahlungen rechtzeitig erhalten, ist ja in dem Sinne erstmal alles gut. Den Vertrag, den wir da abgeschlossen haben, mit dem konnten wir sowieso nicht ändern. Der war alternativlos. Wir können nur hoffen, dass wir es in naher Zukunft in einer Utopie irgendwann mal schaffen, komplett von so einem Investor wegzukommen. Aber jetzt können wir es erstmal eh nicht ändern. Und sofern sie das Geld pünktlich überweisen für die Anteile, ist ja für uns erstmal alles soweit in Ordnung, soweit es in Ordnung sein kann. Könnt ihr mal eure Meinung dazu reinschreiben. Ich kann ja mal, wenn ich dran denke, den Bericht unten verlinken. Dann könnt ihr euch selber dazu nochmal ein Bild machen, das ist auf Englisch verfasst. Das sind ein paar Seiten, aber ja. Ja, dann kommen wir zu den Leihspielern. Und bei den Leihspielern ist es folgendermaßen. Wir haben Ensa Aksakal, Willi Konga, Suat Serda und Eitsberga. Alle aus verschiedenen, oder nicht alle aus verschiedenen, aber schon mit verschiedenen Intentionen auch verliehen. Wir hätten sicherlich auch noch ein, zwei Spieler weitere gerne verliehen, wie ein Maulida oder abgegeben. Aber gehen wir mal auf die einzelnen Spieler ein. Dazu habe ich ja schon mal ein Leih-Update gemacht. Ensa Aksakal, der ist ja in die zweite türkische Liga gewechselt, hat ja bei uns letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes einen Profi-Vertrag unterschrieben, noch in den Bobic-Zeiten. Ich finde, hat mir auch immer viel Spaß gemacht in der zweiten Mannschaft. Hat aber nie so ganz den Durchbruch in die erste Mannschaft geschafft, um dort mal auf Einsatzzeit oder wirklich Trainingszeit zu kommen. Daher wurde er jetzt verliehen. Er hat noch einen Vertrag bei uns bis 2025 in die zweite türkische Liga zu Göstepe Izmir. Und die befinden sich derzeit auf Platz sechs der zweiten türkischen Liga. Also sind ein bisschen im oberen Drittel mit dabei, aber jetzt auch nicht absoluter Aufstiegsfavorit. Er hat bisher noch keine Minute dort gespielt, war allerdings jetzt zumindest mal dreimal im Kader, wurde allerdings nicht eingewechselt. Wir haben eine Kaufoption wohl mitgegeben. Also ist wohl ein Spieler, wo man jetzt nicht sagt, den verleiht man für Spielpraxis, damit er bei uns dann durchstarten kann, sondern doch eher so, man verleiht ihn. Und wenn die Interesse haben, können sie ihn auch verpflichten. Sein derzeitiger Marktwert wird auf 175.000 Euro geschätzt, vertragt bei uns noch bis 2025. Und die Kaufoption soll im sechsstelligen Bereich wohl liegen, wenn man den Medien da trauen möchte. Mal gucken, ob er sich da etablieren kann, insofern er keine Spielzeit bekommt, wenn auch die ihn sicherlich nicht verpflichten. Wobei ich da jetzt auch nicht so krass traurig drüber wäre, weil das keine Summe ist, die wir unbedingt brauchen. Und ich eigentlich schon relativ viel von ihm halte. Mal gucken, wie seine Entwicklung da weitergeht und wann er dann dort auf Spielzeit kommt und wie er dann performt. Ja, Julian Eitschberger auch verliehen. Das war ja eine ganz klassische Laie, um ihm Spielpraxis zu geben. Ähnlich wie bei Martin Winkler in der dritten Liga, wo es ja sehr gut geklappt hat oder letztes Jahr bei Wollschläger. Da hat es bei Essen nicht so richtig funktioniert. Eitschberger wurde jetzt zum Abstiegskandidaten halleschem FC verliehen und hat da bisher auch schon vier Spiele in der dritten Liga gemacht. Ich glaube, drei von vier in der Startelf. Einmal wurde er eingewechselt. Halle befindet sich derzeit auf Platz 19. Nach zehn Spielen mit acht Punkten schon vier Punkte Rückstand. Auf das rettende Ufer Platz 16, wo Waldhof Mannheim sitzt, sind noch vor dem MSV Duisburg die Letzter in der dritten Liga sind. Aber er kommt auf seine Spielzeiten. Das ist erst mal das Wichtige. Auch ein Abstiegskampf kann so einen jungen Mann von 19 Jahren natürlich auch weiterhin formen. Er ist auch jetzt für die U21-Nationalmannschaft berufen worden. 19 Jahre ist er jung, 350.000 Marktwert hat er. Er hat ja auch schon etliche Spiele für die U20 und noch jüngere Jugendmannschaften gemacht, der Nationalmannschaft. Wurde neulich auch im Spiel gegen Bulgarien in der 37. Minute eingewechselt, weil sich der andere Rechtsverteidiger verletzt hatte. Es stand 0 zu 1 gegen Bulgarien. Er hat die Vorlage auf Moukoko zum 1 zu 1 gemacht und ich glaube, insgesamt haben wir dann 3-2 gegen Bulgariens U21 gewonnen. Ich glaube, alle drei Tore von Moukoko, korrigiert mich da gerne, aber jetzt konnte er sogar in der U21, das heißt schon was, da spielt er ja mit Spielern wie Moukoko, Luca Netz zusammen. Da durfte er seine Spielzeit sammeln und hat auch eine Torvorlage beigesteuert. Also die Entwicklung schreitet weiter voran. Er hat bei uns ja noch bis 26 Vertrag. 350.000 ist sein geschätzter Marktwert und ich glaube schon, dass ihm so ein Jahr dritte Liga deutlich weiterbringen kann. Wir haben ja auf der Rechtsverteidigerposition nominell Pekarik, Seevolk und Kenny. Kenny könnte uns natürlich auch noch verlassen, weil Seevolk weiß man auch nicht, was er für einen Gehalt hat. Pekarik wird ja aufhören nach der Saison, denke ich mal. Oder es bleibt wieder beim ewigen Pekarik. Ne, das glaube ich wirklich nicht. Ich denke mal, er wird uns verlassen. Karbovnik kann natürlich auch rechts spielen, wobei er mir links deutlich besser gefallen hat bisher. Also es könnte schon in Zukunft Bedarf bestehen und wünschen wir uns doch einfach mal, dass Aichi so eine Entwicklung macht, wie es auch ein Martin Winkler bei Waldhof Mannheim gemacht hat. Und dann kann er nächstes Jahr, abhängig natürlich auch von Liga und Transferplanungen von uns eventuell, auch eine Rolle spielen im Profikader bei uns. Wir wünschen ihm da bei der Entwicklung alles Gute. Suat Cerda, auch einer mit einem richtig, richtig dicken Gehalt, ausgeliehen nach Italien zu Hellas Verona. Auch eher ein Klub, der sich, für meine Begriffe, so wie sie spielen, am Ende der Saison eher wieder im Abstiegskampf finden wird, als woanders in der Tabelle. Letztes Jahr ja auch nur knapp dem Abstieg entgangen. Er spielt da noch nicht so eine richtige Rolle, muss man tatsächlich sagen. Derzeit ist Hellas Verona auf Platz 16, nach acht Spielen mit acht Punkten minus drei Toren. Dennoch ist er kein Stammspieler. Und das bei seinem Gehalt. Er kommt nicht vorbei. An unter anderem André Duda, der da ja mittlerweile spielt, Ex-Hertaner und Kölner, kennt ihr ja noch. Und Folo Rundschuh, die spielen beide im zentralen Mittelfeld. Er wird das öftere mal eingewechselt, kam jetzt auf fünf Kurzeinsätze, insgesamt 135 Minuten, also knapp 30 Minuten im Schnitt. Hat keine Torbeteiligung, hat jetzt keine schlechten Werte. Ich habe die Spiele nicht live gesehen. Passquote soweit okay, über 80 Prozent. Aber die durchschnittlichen Noten, die sich bei den gewissen Portalen immer ergeben, aus Spielanteilen, Passquoten, Zweikämpfen, Dribblings und so weiter, sind jetzt auch nicht berauschend. Also auf jeden Fall nicht so, als dass Hellas Verona nach der Saison für ihn fünf Millionen ausgeben würde, für einen Ersatzspieler, wenn sie sich selber im Abstiegskampf befinden. Außerdem müssten die ja eh erst mal in der Liga bleiben. Also noch hat er sich da nicht durchgesetzt, muss man tatsächlich sagen. Marktwert wird ja von ihm nur noch auf viereinhalb Millionen geschätzt. Bei uns hat er noch Vertrag bis 2026. Kaufoption soll sich auf fünf Millionen Euro belaufen. Also wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, werden sie ihn sicherlich nicht verpflichten. Davon würde ich mal ausgehen. Aber das kann sich ja noch ändern. Vielleicht braucht er auch ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Ich denke ja weiterhin, er sollte zu einem Klub wechseln, wo er in ein ruhiges Umfeld kommt, die eine Spielkultur haben und wo er nicht so krass unter Druck steht. Er scheint ein Spieler zu sein, der in Mannschaften, die ein funktionierendes Konzept haben, auf jeden Fall einen absoluten Mehrwert bilden kann, weil er ein super Fußballer ist. Aber immer wieder Schwierigkeiten hat er halt auch bei Mannschaften, die selbst in schwierigen Lagen stecken. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Vielleicht steht er im Sommer wieder bei uns auf der Matte. Weiß ich auch nicht so richtig, ob ich mich darüber freuen würde, so wie der Abgang jetzt war und was er auch kostet. Aber fußballerisch wäre er natürlich eine Bereicherung. Wäre weiterhin auch ein Spieler, der uns total helfen würde, so als Box-to-Box-Spieler zwischen 6- und 10er-Position. Ich finde ihn weiterhin als herausragenden Fußballer eigentlich. Aber wie gesagt, derzeit kommt er da unter anderem auch nicht an André Duda vorbei. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Immerhin wird er schon mal eingewechselt. Bei Willi Konga verläuft die Laie für ihn persönlich eigentlich gar nicht schlecht, würde ich mal so bewerten. Wir haben ihn ja für 5 Millionen verpflichtet aus Bern. Bei uns ist er nie so richtig zum Zug gekommen, was die Tore angeht. Er hat ja viel Spielzeit bekommen, war allerdings auch in einer anderen Rolle eingesetzt, hatte in Bern ja viel Doppelsturm gespielt. Das darf er jetzt in Lüttich auch wieder machen. Wir haben ihn verliehen mit einer, so wurde es kommuniziert, relativ geringen Kaufoption. Weiß ich jetzt nicht, was das heißen soll. Wahrscheinlich 1-2 Millionen oder 2-3 Millionen, also wahrscheinlich deutlich weniger, als wir bezahlt haben. Sein Marktwert beläuft sich derzeit auf 3 Millionen, hat noch bis 26 Vertrag, hat jetzt in 8 Spielen schon 3 Tore und 2 Vorlagen beigesteuert. Also Doppelsturm scheint ihm wohl wirklich deutlich besser zu liegen. Das hat man ja auch ab und an gesehen, dass er da ganz gute Räume reißen kann und auch gute Pässe spielen kann. Fünf-Tor-Beteiligung bei Lüttich. Das heißt, auf Deutsch gesagt, er ist an der Hälfte der Tore von Standard Lüttich in dieser Saison beteiligt. Lüttich derzeit in der Jupiter Pro League auf Platz 8, also im Mittelfeld mit 13 Punkten. Ja, gucken wir mal, wie das läuft. Ich glaube, dadurch, wie dieser Abschied zustande kam, wenn jetzt zum Beispiel ein paar Dardai-Trainer bleiben sollten über die Saison hinaus, wird es schwer für ihn, dass er bei uns nochmal Fuß fasst, egal wie er dort funktioniert, weil das einfach auch nicht ganz in Ordnung war, wie er mit Hertha dann am Ende auseinandergegangen ist, muss man schon so sagen. Und klar, ich kann ihn auch verstehen, nicht so gelaufen, wie er sich das alles vorgestellt hat, aber es wurde ja auch viel auf ihn gesetzt unter Sandro Schwarz. Also das kann man ihm auch nicht vorwerfen, auch wenn das Spielsystem vielleicht nicht das Passende für ihn war. Fand ich den Abgang einfach nicht so ganz cool, wenngleich man natürlich nicht weiß, was da intern immer so vorgefallen ist. Aber da läuft es eigentlich von der Leihe her vielleicht mit Eitschberger bisher am besten und könnte mir durchaus vorstellen, dass Standard Lüttich, je nachdem, wie die Platzierung am Ende der Saison ist und wie er jetzt weiter performt, wenn er so weiter performt wie jetzt, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da bereit sind, einen geringen Millionenbetrag für ihn zu bezahlen, sodass das Kapitel dann auch abgeschlossen wäre. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie ihr die Entwicklung von den Spielern seht, wen ihr auch gerne zurück hättet. Es ist natürlich viel Hypothetisches, auch wo landen wir am Ende der Saison etc. Und auch zu den anderen Themen, zu Triple Seven. Ansonsten sehen wir uns ja gleich im Stream. Freue ich mich auf euch. Machen wir uns einen schönen Abend. Macht's gut und hao he. Untertitelung des ZDF für funk, 2017